Stab, 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 stab. Bereit für den nächsten Stand, das war ja eigentlich nur aufwärmen. Jetzt kommen wir so richtig ... 5, 6, 7, go! Ja, schon gut aus. Nach vorne, zur Seite. Genau. So. Ja, schon gut aus. Ruf, ruf, ruf mich an. Komm, komm, komm zu mir. Ruf, ruf, ruf mich an. Ruf, ruf, ruf mich an. Ruf, ruf, ruf mich an. Ruf, 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 ruf. Das ist doch ein Beispiel. Wenn ich eigentlich wollte, das ist ja auch für die Phologen, wenn du nicht bist in der Nahrung hier gelandet, aber so ist es mit den Jobs, ja? Und für mich ist die Verteilernein. Das geht gut. Okay, bitte noch. Zwo, drei, vier. Du musst romantisch anlegen, euren Ideen. Also, wir erarbeiten gerade mit dem Arbeitstitel A für Maria der Prairie. Das ist von mir, Marke. Und mir so. Ah, das stimmt. Genau, da ist es so ein Tod, schlafen. Ich habe auch schlafen. Das ist schon der Schluss. Ja. Was ist denn das? Nein, da kam es natürlich. Was du da machst, das braucht man nicht sagen, dass das so ein bisschen auch so laut wird. Ich bin 1935 geboren, wollte zuerst Bauer werden, weil in meinem Haus, obwohl in der Stadt, 20 Kühe geheimatet waren. Und dann wollte ich Architekt werden, und dann wollte ich Dichter werden, und dann wollte ich Pianist werden. Am fünften Tag, am sechsten, siebten, eine Woche, zwei Wochen, drei, vier nach zwei Monaten, drei Monate, vier, fünf nach einem halben Jahr, nach einem ganzen Jahr. Zwei, drei, vier nach einem halben Jahrzehnt. Wir brauchen kein Programmheft, wir brauchen kein Informationszettel. Wir brauchen auch sozusagen nachher keine Diskussion, was das war, sondern das Ding spricht wirklich für sich. Wenn man jetzt auf das Motto, das wir hier haben, Grenzgänge, ein bisschen rückschließen will, das ist wahrscheinlich der Grenzgang, den Zauber zu suchen und am Bluff vorbeizukommen. Ich möchte mit einem Ereignis einsteigen, das im Jahre 2001, genauer gestern, bis September 2001, einen mittleren Skandal hervorgerufen hat, sich weniger umsichtbar zu kümmern, über das, was einen sozusagen, was man normal wahrnimmt. Das ist das Geheimnis, das hinter den Dingen liegt. Er hat sich dazu hinreißen lassen, eine eigene Kirche zu gründen. Er gönnt sich ja sonst noch nichts. Er war das einzige Mitglied dieser Kirche. Sie sehen, die Schulfiguren des Musikgelands in Graz, BBC getauft, Big Band Shorts. Die Schulfiguren des Musikgelands in Graz, BBC getauft, Big Band Shorts. Wien soll ich für das, was ich bin, dankbar sein? Der Schule, dem Zufall, dem Glück? Nein, mein Dank der Gebühr deiner Frau ganz allein. Und an sie denk ich immer zurück, mit allein. Das ganze Programm hat irgendwie den Titel Musik ist stumpf. Und ganz zum Schluss möchte ich aber doch das Original bringen, die Signation aus der Fernsehserie Musik ist Trumpf, die vor 30 Jahren ungefähr gelaufen ist. Euch zuliebe in D-Duo. Ich hab dein Knie gesehen, dass du auch nie geschehen, jetzt. Ich hab dein Knie gesehen, dass du auch nie geschehen, Das war's für heute. Musik Ich bin ein Kind, ich bin ein Kind, ich bin ein Kind. ...wollen wir... ...wir... Und wie ist das mit... Warte, Stein! Ich hoffe, bitte mal! Wir wissen... Hier! Das sind Ihre Fingerabdrücke, die wir gestern gemacht haben! Kennen wir uns? Nein, überhaupt nicht! Verzeihung! Nein, überhaupt nicht! Ja! Nein! 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 Das ist eine andere Sache! Ich glaube, es ist eine andere Sache! Nein! Sch surprisingly! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020